das ist aber viel besser am besten ist immer noch der hier derik den hast du ja gar nicht oder das waren ja meine v-bugs dafür hast du dir den battle pass 10 gekauft so wo fliegt mein händen zu selina darf aussuchen battle zur form waffenscharn viel mit gewöhnlichen waffen das sind die grauen ich frage mich warum der papa immer nur blau markieren kann und ich immer pink weil ich ein kerl bin und du ein kind ich bin wieder aber zu mir nicht ich bin immer lieb und nett frech und ungezogen ich habe eine graue waffe bei uns sind auf jeden fall welche ich habe eine graue waffe bei uns sind auf jeden fall welche wer schießt hier so ich habe den ersten kill ich habe die grauen ich habe eine graue waffe so zweiten kill ich habe auch eine graue waffe du bist ja gleich fertig selina ja hier ist eine graue waffe ja ich habe auch schon eine graue pamp ja graue waffe aber hier muss irgendwo noch einer rumgammeln das waren nur zwei es müssten aber vierer sein eigentlich ja ja ich sehe welche hier ist eine auf dem feld darf ich hol ihn mir ich hab schon zwei killsterick ich muss ja wieder haften jetzt noch eine ist die aufgabe fertig ja dankeschön bitteschön habt ihr jetzt eine zweite ich bin besser als du ja wenn wir spiel sie spielen kann ich sie mal zeigen das war nicht weil wenn ich allein ist so allein im solo spiele dann willst du nicht wissen wie gut ich bin dann bist du nicht wissen dann bist du schlecht ich hatte schon drei solos siegel hier derrick ich kann dir noch ein mini geben ich habe noch ein mini übrig hier ist ich bin sieg Nimmst du dir den Mini-Darick hier unten? Der Cover ärgert mich halt. Ich darf das. Und ich darf es nicht. Ah, hier sind ein Gegner. Das war eh noch. Das war dein Zwilling, Derick. Ich hab noch einen Bruder. Ja, noch später. Mann, Papa! Derick, du Arsch! Oh, ein Arsch. Oh, schießt er euch gegenseitig ab. Auch gut. Das ist mein Sohn. Das ist halt der Derick. Ich hab noch einen Schuss. Aber müssen trotzdem irgendwo noch Zwer sein. Vor allem, ich dachte grad so, dass der Gegner sind. Ich komm, und dann schießt er euch selber ab. Oh, ne. Oh, der im Haus hat Dottel drin sind Wäsche. Ja. Süß. Oh, Papa, weh. Ja. Iconic ist das! Oh! Iconic ist mein Bruder. Ich hab den letzten Rackenwerfer geschossen. Äh, der Derick! Nein! Ich will schon da. Ja, ja, Papa. Na? Deswegen hab ich's ja gesagt. Der andere Wulsch will jetzt. Woher mit der Funke ist das. Und wehe, wehe, Papa. Wehe! Hält du mir noch einmal küsst fürs Papa. Was? Ich spiele auf jeden Fall, dass ich spiel wüsste. Es sind auch Minis, wenn die jemand mitnehmen kann. Schiss nicht. Ich bin leider voll. Ja. Dann lass uns ihn liegen. Dann lass uns ihn liegen. Lass uns ihn liegen. Schüsse? Oder, ah, ihr schießt die Schuhe da ab. Der Derick schießt. Der Derick schießt. Wenn du keine Muni mehr hast, von uns trägst du keine. õ emerge. Das isch. Da fehlt doch aber trotzdem noch einer von den andern. Ne. Ich hab' denen nüch getan. Ich schieß mich nie ab. Hier is doch einer. Hier is doch einer. Da fehlt's den Ober. Aber ich. Das ist er. Das is der Tür. Wer? Mein kölin. Teleklammere. Na und alle 뜻en. Sagt der Richtige, wer hat mir von den Kill geklaut? Welche Kill? Na den ab Haus. Ich hab nicht mal einen. Hast du keinen Kill, Derrick? Nein. Okay. Mein Papa muss mir ja alle Kills klauen. Ach, ich doch nicht. Ach nein, du ja nicht. Du bist ja immer der Lieblingspreis. Ich bin der Ike, ich bin immer lieb. Ich brauche noch so einen Airdrop. Die kommen irgendwie immer an der falschen Seite runter. Stimmt. Jetzt muss Selina kommen, ist ja noch nicht einmal gestorben. Ja, kannst du mal sehen. Ach, da oben rennt er lang. Ja, ich will bloß was gucken hier. War das? Was denn Derrick? Ich hab die lila ne Waffe. Nee, ich hab die Demunition geklaut. Ach, ich hab genug. Und jetzt hab ich das Holz geklaut. Ich brauch so ne Aufrüstbank. Wo ist denn der andere? Hä? Du hast ja selbst irgendwo gesehen, was Selina. Hä? Ich hab gar nicht von dem Gegner erzählt. Was denn dort oben ist? Ja, ich mein euch damit. Doch. Weil ihr auch zu oft durch was du denn seid. Aber dort ist keine Aufrüstbank, wo ihr hinrennt. Ist ja keine? Nee. Ich hab ja gestern dort meine Echo Kills gemacht. Papa? Ja? Naja, Melvin ist online. Aber hier ist trotzdem noch Loot. Ähm. Naja, lass ihn doch online sein. Wenn er mitspielen will, dann sagt er schon. Lass ich gerade mal kurz aufs Handy gucken. Äh. Nee. Nur Mama hat geschrieben. Okay. Jetzt müssen wir aber. Warum bin ich nicht in die Zone weg? Dann. Hier guck mal. Ähm. Derrick, hier ist noch ein Weg. Ich weiß nicht, ob du den noch schnell dringen kannst. Nein. Ich kann dir noch ein Medikit geben. Nein. Ich renne. Einfach. Oh. Oh. Es ist dunkel mehr. Ich glaube es ist dunkel mehr. Ja, das hab ich gerade verheingelassen. Äh. Geil. Äh. Du 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 du. Oh. Ich bin gerade erschrocken, ey. Äh. 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 Derrick schon wieder. Ja. He. Hat gerade geschossen. Also nicht. Er hat geschossen. Dann schieß zurück. Ja das ist Munitionsverschwendung. Äh. 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 Ich habe keine freie Schussbahn. Der Ene sammelt gerade den Loot ein, jetzt rennt er weiter. Ich kann weiter Sniper schießen, aber ich treffe 10-0-0. Scheiße. Der Ene baut doch dort, Derrick. Ich weiß. Komm, bleib mal stehen, Mensch. Der Ene ist doch gestorben. Der Ene ist doch noch einer. Immer so vertrauen, wie sie wegschüsse kommt. Der Ene kräft dort weiter. Der Ene ist doch dort. Pass auf. Der Sniper. Pass auf, der schießt mit Raketenwerfer. Ich habe auch, ich habe es gesehen. Oh, Mann, ich habe mich getroffen. Papa, stürmst du jetzt drauf? Ernsthaft? Der ist schon weggerannt. Stürme drauf, ich stürme drauf. Ich will das machen. Nein. Nein. Von wo, von wo aus? Ich sterbe nicht mehr. Ja, du bist so weggerannt. Du bist so weggerannt. Ja, wie sind die denn? Ich sehe mich mal. Okay. Hab einen! Warte, ich helfe mir deinen Paar. Da unten, da unten, da unten. In die Richtung, wo ich hingucke. Da ist einer. also oben ist einer und auf der linken seite war einer derrick ich habe noch granaten hier ist medica da habe ich jetzt wieder platz den habe ich geholt und ich hatte noch fünf schuss für den raketenwerfer haben hier sind noch minis diese menschen bei mir sind das sind meine da das sind mehrere minüs also der gegner noch ich dachte jetzt wo mein papa hier gestorben ist dachte ich jetzt schon schnell kriegen den episch sie vor nicht also dass wir die gegner hier nicht kriegen die anderen werden da hinten im wald sein stimmt wäre vielleicht besser wenn wir hier hoch gehen da sehen wir die besser dort ist einer einzelgänger einzelgänger und wir haben selinas aufgabe erledigt ja aber meine nicht ja 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 Untertitelung. BR 2018